Läuft! Ja, hallo! Mein Name ist Florian Brunner. Ich bin der Star-Warser-Warn- und Airship-Forteur für Deutschland und selber leidenschaftlicher Windsurfer, Stand-Up-Paddler und jetzt Foiler. Und Leute, ich sage euch, Foilen ist ein brutal geiles Thema, weil beim Foilen hat man nochmal ganz neue Aspekte. Wir sprechen ja nicht mehr vom Gleiten, wir sprechen vom Fliegen und das ist vom Gefühl her der Wahnsinn. Und man kann sich das vorstellen auf einem Windsorboard, auf einem Kiteboard, wie man da übers Wasser fliegt. Aber jetzt geht es auch beim SUP. Zum Teil verwenden wir dann die Wings. Das sind so Schirme, ähnlich wie Kites, die man in der Hand hält. Und dann geht das volle Lotte los und man fliegt cloudlos über das Wasser. Und wie gesagt, funktioniert jetzt auch beim Stand-Up Paddle sensationell, egal ob ich jetzt den Wellenschub habe oder den Wing in der Hand habe. Aber es ist sensationell. Nur Fliegen ist schöner. Von dem her, keep on going. Flo, ganz kurz die Frage, was ist dein Highlight 2020? Auf was freust du dich am meisten? Auf was ich mich am meisten freue? Auf viele neue Leute in unseren Sportarten. Wir sind hier auf dem Boot. Das Feedback war sensationell. Die Leute sprechen da wieder davon. Windsurfing is back. SUP ist nach wie vor in aller Munde. Und von dem her freue ich mich, auf viele, viele neue Leute, neue Gesichter, junge Gesichter in unserem Sportarten. Vielen, vielen Dank!